Ein Parkcheck, der schon lange überfällig ist, ist der zum Joos-Sommerland. Die beliebteste Touristenattraktion in Dänemark öffnete erstmals 1981 seine Tore. Rund 800.000 Gäste besuchen jährlich das Sommerland in dem Tofte Südjoos-Kommune Joosland. Da unsere beiden Besuche 2015 und 2016 doch schon etwas in der Vergangenheit liegen, wird das Ganze hier auch eher eine Parkvorstellung als ein Check. Auch sind inzwischen zwei weitere Achterbahnen im Park, die wir noch nicht kennen. Danke an dieser Stelle an Dr. Coaster, der uns für dieses Video Aufnahmen mitgebracht hat von beiden Bahnen. Zum Joos-Sommerland gehört auch einem Eintritt schon inkludierter Wasserpark. Diverse Becken sowie Reifenrutschen und Bodyslides erwarten euch hier. Also Badehose unbedingt einpacken. Aber nur zwischen Juni und August, ansonsten hat der Wasserpark geschlossen. Je nachdem schließt der Wasserpark auch immer ein bis zwei Stunden vor Parkschluss. Das Attraktionsangebot ist vielseitig. Den ersten Überblick bekommt ihr im Joos-Expressen. Die Parkeisenbahn ist eine gemütliche Rundfahrt für die ganze Familie. Seit 2015 gibt es auch einen großen Farmbereich, in dem unter anderem von Metallbau Emmeln die Traktorfahrt Traktoräne ihre Runden dreht. Mehr zu sehen gibt es auch beim Taubaut Ride Jungle Safari. Die ca. 15-minütige Fahrt führt vorbei an den üblichen Safari-Ride-Kulissen, wie man sie aus diversen Parks kennt. Schön ist das Ganze alle Male. Der eben erwähnte Farmbereich ist natürlich auch mit einigen Fahrgeschäften ausgestattet, die eher ein jüngeres Publikum ansprechen sollen. Der Dnie-Wantan ist ein Double-Family-Tower von Zira. Hier ist Bauchkribbeln garantiert. Für alle, die es gemütlicher mögen, hat man natürlich auch etwas. Das große Tierkarussell heißt Bondegårds Karussellen. Natürlich kein Kinderbereich ohne einige Rides von St. Perla. Das Barneyard heißt hier Milkshäckerin. Das passt auch gut, wenn man sich anguckt, wie viel sich der Kuhstall dreht. Ein Jumparound darf dann sicherlich auch nicht fehlen und steht hier seit 2015 mit Froerne. Kornmollen ist ein weiteres Must-Have-Produkt von Zamperla. Fast jeder Park hat Magic Bikes. Außerdem kam aus Italien noch ein Demolition Derby. Wie soll es auch anders sein, sind bei Rodeo Tirene die Chasen Stiere. Etwas entspannter ist das Entenkarussell von Metallbau Emmeln. Andedammen zog ebenfalls 2015 in den Park. Ein Jahr zuvor gab es 2014 mit Wikinger-Torne auch einen Sun-Kit-Hege-Tower, bei dem man sich an einem Seil bis auf 10 Meter Höhe ziehen kann. Eine der neuen Attraktionen für Kinder, die wir leider auch noch nicht kennen, ist Safari-Bussen. Dafür stand der Skoro Kompass bereits schon 2009 hier. Der Kontiki kommt im Joos-Sommerland von Cira. Ebenfalls von Cira wurde 2012 Solguden geliefert. Vom Typ ist dieser Ride ein Interactive Flying Fish. Ihr steuert selbst die Höhe eurer Gondel, um den Wasserstrahlen auszuweichen. Aber das ist nicht alles. Die Musik wird euch den Rest geben. Wenn ihr euch ohne so viel interaktiven Stress im Kreis drehen wollt, gibt es noch einen Peter Pan von MugRides. In Dänemark ist es das Hot & Todd Carousel. Man hat auch einen weiteren MugRides-Klassiker im Sommerland stehen. Kannibal Gruderne ist der politisch fragwürdige Teacups Ride. Wenn die gesamte Familie noch ein wenig Gas geben will, gibt es in der sehr schönen und großen Westernstadt seit 2012 den Autoscooter Buffalo Bumper Cars. Ebenfalls in diesem Bereich des Parks steht das Wild West Karussellen. Der Wellenflieger ist von Cira. So weit, so normal. Aber die 40 Personen pro Durchlauf fliegen nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts durch die Luft. Normaler ist da wieder die 2014er Schiffsschaukel von Hus. Man hat Drogeskibit aber sehr schön direkt ans Wasser gestellt. So sieht der 20 Meter hohe Ausschwung noch besser aus. Ein absoluter Hingucker ist auch Sablen. Der Tilt Tower von ABC Rides wurde 2010 geliefert und überzeugt schon allein mit der Optik. Dazu kommt noch, dass der 11 Meter hohe Säbel selbst kippt und nicht nur die Gondeln. Wirklich klasse. Liebevolle und detailreiche Gestaltung bekam auch Sulken. Auch dieses Karussell ist für Außenstehende interaktiv. Mit dem richtigen Timing kann man die Leute, die gerade fahren, nass machen. Auch optisch ist der 2016er Polyp aus dem Hause Gerstlauer ein Hingucker. Wirklich schön. 2019 kommt er noch an der Stelle des Hus Toppel Tower Camp Behöhet. Dänemarks größter Giro-Swing. Auch das Joos Sommerland erwartet euch wie andere Parks mit diversen Wasserbahnen. 1998 eröffnete man den Rapid River von Interlink. Rio Grande Rafting ist 500 Meter lang und wechselt die ganze Zeit zwischen schnellen und langsamen Passagen und bietet des Weiteren noch Tunnel und Wasserfälle. Man hatte aber auch schon 1991 auf Interlink gesetzt, die den komplett eingebetteten Lockflum Colorado River gebaut haben. Die 11 Meter hohe Anlage bietet auf 370 Metern Strecke gleich drei Abfahrten. Wenn ihr das Layout ganz ohne die Berge drumherum sehen wollt, findet ihr dies im Vorrups Sommerland. Und um alle Gäste abzudecken, gab es 2009 auch noch einen Mini-Lockflum. Pirat Fisken ist von ABC Rides. Die 150 Meter lange und 5 Meter hohe Bahn im Piratenlook hat eine Abfahrt. Mehrere Abfahrten nebeneinander gibt es bei Speedy Gonzales. Die spaßige Schlauchbootrutsche kommt in dem Fall von Metallbau-Emmeln. Die perfekte Brücke von Wasserbahn zu Achterbahn schlagen wir nun mit Skatönen. Der Liquid Coaster kam 2011 von MugRides. Die Boote werden auf der 455 Meter langen Strecke bis zu 72 kmh schnell. Bis zu 980 Personen pro Stunde schießen zum Schluss aus 28 Metern Höhe ins Wasser. Natürlich nicht ohne Airtime. Auch die gesamte Thematisierung von Skatönen ist überzeugend. Egal ob Warteschlange oder die Station selbst, das Ding sieht top aus. Auch wenn man das vom reinen Achterbahn-Part nicht sagen kann. Die neueste Achterbahn ist Jungle Rally. Das Ganze ist ein schön gestalteter Zierer Force Zero Coaster. Um einiges größer und beeindruckender war die 2017er Neuheit Dragekommen. Aus 30 Metern Höhe stürzt sich der Intermin Suspended Family Coaster in die 825 Meter lange Strecke. Mit bis zu 85 kmh geht es unter der Schiene hängend ab. Und nicht erst nach dem Lift wird es spaßig. Gehen wir weiter im Zeitstrahl chronologisch zurück. So kommt nun Wilde Hornsejogd. Der Zierer Force Two Coaster kam 2015 auch noch mit in den wunderschönen Kinderbereich. Die Hühner jagen hier gleich zwei Runden über die Strecke. Auch die Achterbahn passt thematisch hier gut rein. Zwei der absoluten Highlights vom Joes Sommerland kommen jetzt. 2013 eröffnete Juwelen. Der Family Multi-Launch Coaster wurde von Intermin gebaut. Hier sitzt man aber nicht normal im Zug, sondern jeder auf einem eigenen Quad. Aus der Station raus geht es in einen Dark Ride Part, aus dem man auf die 1000 Meter lange Strecke gelauncht wird. Nach einigen großzügigen Kurven geht es in den zweiten, noch intensiveren Launch und daraufhin in einige sehr bodennahe Umschwünge, beziehungsweise geht es auch dicht an Wasser und Felsen vorbei. Juwelen ist einfach der Wahnsinn. Der Launch mit 85 kmh Spitze hier ist übrigens ein Reibrad-Launch. Und zum Thema Verschleiß, als wir 2016 vor Ort waren, war immer noch der erste Satz Reifen auf den Launches. Der zweite absolute Kracher im Joes kam 2008 ebenfalls von Intermin. Piraten ist zwar nur 31 Meter hoch und 85 kmh schnell, aber dennoch extrem intensiv. Die 755 Meter lange Bahn ist ein sogenannter Mega-Light Coaster. Und Holla die Waldfee. Man kann sagen, dass die Hälfte der Fahrzeit so viel Airtime herrscht, dass man die Sitze auch gleich weglassen kann. Sowas wie Piraten brauchen wir wirklich mehr. Die aktuell älteste im Park bestehende Achterbahn wurde 2002 von Gerstlauer geliefert. Tors Hammer ist der 480 Meter Standard Bobsled Coaster. Auch wenn das Setting direkt am Wasser ganz schön ist und ein paar Tunnel für zusätzliche Abwechslung sorgen, ist Tors Hammer im Vergleich die schwächste Bahn im Joes. Trotzdem ist der Coaster wirklich super und macht Spaß, aber hat eben auch sehr starke Konkurrenz. Solltet ihr nun Skandinaviens größtes Sommerland besuchen wollen, könnt ihr das von Mai bis Oktober. Und bis auf ein paar Off-Days immer ab 10 Uhr und dann je nachdem bis 18, 20 oder 21 Uhr. Bei den Preisen gilt es auch Vor- und Hauptsaison zu beachten. Am Beispiel 2019 geht die Vorsaison vom 4.05. bis 23.06. und die Hauptsaison vom 24.06. bis 20.10. Heißt, alle von 3 bis 64 Jahren zahlen 275 dänische Kronen bzw. ca. 37 Euro oder 295 dänische Kronen bzw. ca. 39,30. Ab 65 Jahren sind es also 240 und 260 dänische Kronen, also ca. 32 und 35 Euro. Alle unter 2 Jahren kommen kostenlos rein. Es gibt auch ein Tau-Days-Ticket, was am Beispiel der Hauptzielgruppe 425 dänische Kronen, also 57 Euro, bzw. 445 dänische Kronen, also ca. 59,50 Euro kostet. Was soll man abschließend zum Joes Sommerland sagen? Wir waren bisher jedes Mal begeistert. Es ist ein wirklich schöner, großer und gepflegter Park. Tolle Attraktionen und echte Thrill-Rides in super Thematisierung. Auch das Personal ist der Wahnsinn. Sehr freundlich und immer super drauf und sorgt für Spaß und Stimmung. Wir lieben den Park einfach. Unser Geheimtipp für den nächsten Trip. Joes Sommerland. Joes Sommerland.